So, willkommen zurück zu Anna. So, zurück zum Spiel. So, wir haben letztens einen komischen Staub in die Fresse gekriegt und jetzt sehen wir hier alles. Rot. Ich habe trotzdem noch keine Ahnung, was wir machen müssen. Meine Nase läuft wie verrückt. Es ist arschkalt bei mir. Warum, weiß ich nicht. Ich... wartet mal. War das gedöhnt sich auch schon? Ah, das Rohr ist kaputt. Okay. Können wir das nicht wieder anmachen untersuchen? Der Ofen ist kaputt gegangen. Ich brauche etwas, um zu reparieren. Vielleicht müssen wir das erstmal reparieren. Aber womit? Ich muss mal kurz meine Nase schuppen. Es tut mir very sorry, Leute. Also, das Spiel ist echt sehr schwer. Also, ich habe ja gesehen, dass es ein Rätselspiel ist, aber... Und es soll ein Horrorspiel sein, aber bis jetzt... naja, geht's. Geht's. Also, es geht. Habe ich schon gesagt, dass es geht? Ah, vielleicht ist das jetzt offen? Nee. Schade. Also, zerbrochener Tisch. Ja, okay. Wir müssen irgendwie eine Art Rohrstück finden. Aber können wir jetzt vielleicht hiermit was machen untersuchen? Hä? Da ist etwas reingezeichnet. Oh, da ist etwas reingezeichnet. Was müssen wir mit diesen blöden Blättern machen? Benutzen. Warum sollte ich das machen? Ja, was weiß ich. Kaputter Ofen. Achso. Steht nur kaputter Ofen. Warte mal. Ist das nicht das Rohr? Nee. Wir müssen also ein Stückchen finden, was den Ofen repariert. Jetzt gucken wir einfach mal vorsichtig hier längs. Die Tür geht nicht auf. Was ist das? Können wir nichts mit machen? Hier liegt auch nichts Neues. Es ist auch sehr dunkel und die Musik ist schon wieder rausgegangen. Hier im Schrank liegt auch nichts. Rausgehen können wir nicht, weil auch immer die Tür zu ist. Hier liegt noch die Tür. Hier ist noch Mr. Baum. Was ist das da oben? Dreck. Warte mal. Der Raum wird sich mit da auch füllen, aber ich finde die Idee immer gut. Benutzen. Das wird nicht klappen. Können wir wieder Sägemehl nehmen? Wir tun jetzt... Wir haben unseren Stock nicht mehr. Nö. Wir haben unseren Stock nicht mehr. Da ist nichts zu machen. Ey, die wollen mich verarschen, die Leute, oder? Hoch, runter. Ja, da ist doch nichts. Warte mal. Notizen. Untersuchen. Hm, toll. Was müssen... Was ist das schon wieder? Hallo? Wer ist da? Mach mir keine Angst. Oh, das Spiel ist ja... Ich finde doof, dass die Musik ausgegangen ist. Hier sind komische Bilder. Ein Stückchen Rohr. Das ist bestimmt da unten drin. Aber wie kriegen wir das auf? Ich gehe jetzt nochmal in den Raum. Aber hier hat sich auch nichts verändert. Gar nichts. Nur diese Pfeile sind da. Was bedeuten die? Ich gucke mir sie nochmal genauer an. Ja, dieses Symbol ist da. Aber liegt hier vielleicht noch was? Hm. Irgendwie eine Notiz wäre sehr schön. Anna hätte uns ja ein bisschen Notizen nahe lassen können. Also ich denke mal, wir sind irgendwie ihr Freund. Oder sowas. Oder sie ist uns verliebt. Und hat uns hier irgendwie hergelockt. Ich gehe jetzt einfach mal irgendwelche Theorie an. Ich weiß ja sonst nicht, was ich tun soll. Können wir eigentlich diese Bretter nicht mal mitnehmen? Oh, leider kaputt. Darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Und die Zeichnungen sind ja auch sehr creepy. Nehmen. Benutzen. Upsi, das meint ich gar nicht so. Was ist denn jetzt? Oh. Oh. Ah. Da steht jetzt was. So. All right. Also. Der Tod ist schwarz. The Hedrit? Bronzen? Oh, was heißt Hedrit? Keine Ahnung. Happiness heißt, denke ich mal, Glücklichkeit oder Freude. Ist golden. Solitude. Oh, was heißt das denn schon wieder? Ist silbernd. Solitude. Oh, keine Ahnung. Hm. Warte mal. Schwarz, Bronzen, Golden und Silber. Haben wir nicht solche Blätter? Schwarz. Golden. Silber. Bronze. Und weiß haben wir aber auch noch. Also. Wir haben fünf Blätter. Also eng. Höh. Haben die eben auch schon geleuchtet. Es muss was mit den Gemälden zu tun haben. Das ist die Freude. Die Freude war Happiness. Golden. Ich probiere es einfach aus. Goldenes Blatt. Okay. Ja, aber wo? In das Auge bestimmt, oder? Cool. Das ist, denke ich mal, der Tod. Der Tod war schwarz. In das Auge. Okay. Ähm, nochmal hingehen. Ich hab's schon mal vergessen. Der Tod war... Ja, toll. Ich kann nicht so viel übersetzen. Hatred. Hatred. Hatred? Hass, denke ich mal, oder sowas. Solitude könnte... Oh, vielleicht... Warte mal. Hier wird sie ja verfolgt. Verfolgen könnte ja silber. Aber warte mal. Hier sind nur drei Gemälde. Wo sollen denn noch welche sein? Ich hab ja mehrere... Das glaub ich jetzt nicht. Ach, kannst du mal... Da drüben sind jetzt auch welche aufgetaucht. Mal gucken wir uns die erstmal an. Oh. Was soll das denn sein? Ne, das ist Tod. Hier sind viel mehr Tod drauf. Und was ist da hinten noch zu sehen? Ähm. Das ist das Haus. Das könnte sein... Puh. Das geht auch alles... Ne, eine Frau lebt ja. Ähm. Ja. Warte mal. Weiß? Was ist das? Könnte denn... Bronzen? Ach, ich muss nochmal zur Info. Ich hab das vergessen. Hehehe. Aber weiß müsste dann irgendwas mit himmlisch sein. Stank, glaube ich, nichts mit Weiß. Also White. Müsste dann eingestanden haben. Bronze, Gold, Silber. Achso. Jetzt sie solely was white. Ähm. Soul. Heißt, glaube ich, Seele? Souly, Seele? Keine Ahnung. Aber das eine ist falsch. Das ist richtig auf jeden Fall. Aber das könnte auch der Tod sein. Ich denke mal, das geht um die Frau. Weil die ist ja auf jeden Fall drauf. Und hier ist die Verfolgung. Verfolgung könnte ja heißen... Silber. Ich packe einfach das Silber in da rein. Was soll denn passieren? Wer weiß. Gleich sterbe ich oder so. Packen wir mal rein. Okay. Weiß war die Seele, so wie ich das verstehe. Und dann haben wir noch Bronzen für den Hass. Also Hass und Seele. Ähm. Hier hinten war ja sehr viel Hass. Finde ich auf dem Bild. Da sind alle Toten, nehme ich drauf. Und Hass war Bronzen. Bronzen. Okay. Und da drüben muss dann das Weiße hin. Und wenn nichts passiert, war es falsch. Haha. Ich bin gut, oder? Aber das kann doch nicht... Naja, vielleicht. Ich probiere es aus. Ich probiere es aus. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich brauche mehr Hinweise. Okay, irgendwas war falsch. Ich kann das auch nicht richtig lesen. Warum... Ich habe extra Deutsch angegeben. Warum ist denn das alles auf Englisch, die Schwachmaten? Also hier sind alle tot. Also würde ich das Schwarze jetzt hier hinbringen. Ja, nimm das mal wieder mit. Wir holen das Schwarze jetzt. Weil eigentlich brauchen wir mehr Hinweise, ja. Ich denke mal nicht, dass... Obwohl Seele weiß. Wartet mal. Das war jetzt hier das Schwarze. Und da hinten war jetzt... Das Schwarze tun wir jetzt einfach mal hier rein. Weil hier ist einfach mehr tot zu sehen. Viel mehr tot. Und das da hinten... Tun wir jetzt das Bronzen rein. Und das... Schweiße dann da, wo die Kirche ist. Weil das sieht mir irgendwie nach Erlösung aus. Ob das alles so richtig ist? Keine Ahnung. Das werden wir ja gleich wieder erfahren. Das ist ja echt dämlich. Hä? Schmeißt hier jemand Dosen? Das war ja seltsam. Ich hab so Dosen-Geräusch gehört. Ja, wo war denn das nochmal da? Weiß? Das werden wir bestimmt nie hinkriegen mit meinen Englischkenntnissen. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich brauche immer Hinweise. Der Tod ist schwarz. Hatred heißt... Warte mal. Hab ich hier noch meinen Schlauen? Warte mal, warte mal. Ich hab hier doch einen Tod, nicht? So. Ähm. So. Ha. Hedrid. Ja. Ich sollte mal einen Englischkurs bilden. Ich werde das mit A. Hallo, du bist vorbei. Also Hedrid heißt, heißt, heißt. Ich spreche das bestimmt sogar falsch aus. Ähm. M, N, P, Q, R, S, T. Hedrid. Ich glaube, das gibt es hier nicht mehr. Hed heißt Hut. Und Hedrid. Und Hedrid. Hedrid steht hier gar nicht drin. Doch da. Hass. Gut, das habe ich schon mal richtig übersetzt. Dann Happiness ist auf jeden Fall glücklich. Also der Hass. Und Solid, das heißt für mich sowas wie, ähm, verfolgen. Das muss doch theoretisch richtig sein, was ich da denke. P, Q, R, S. Und S, O. Ups, schon viel zu weit. So. Ähm. Hoffentlich gibt es kein Zeitlimit hier. Ich werde die Folge ein bisschen länger machen, weil ich ja hier gerade... Hüps. Das Wort gibt es hier, mein Duden, nicht. H, I. Wird geil. Kannst du mal weiter nach ihm gehen? Oh. Oh, oh. So, mit L. Das ist schon wieder. Erdbeben. Und dann Solitude. Holly. Mit T, ne? Solitude. Einsamkeit. Ah. Die Einsamkeit ist silbernd. Okay. Also, warte mal. Was habe ich hier denn hingemacht? Das ist ja auf jeden Fall... Aber hier ist sie doch einsam. Nee. Ich weiß, wo sie... Da müsste Sol... Sol heißt aber Soli. Ach, da steht ja Soli. Könnte natürlich auch was ganz... Hat da was jemand was gesagt? Nee. Ähm. Soli. Bin ich jetzt blind? Anscheinend. Anscheinend, Leute. Ich bin blind. Das ist bestimmt für euch langweilig. Ich kann nichts dafür. Ich dachte, das Spiel wäre auf Deutsch. Das Wort gibt es hier drin denn nicht. Ach so. I, E. Hier steht das aber anders drin. Soldier, Sohle. Sohle, 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 Sohle. Mehr Sohle. So. D und dann L. Irgendwas mit Schuld oder sowas. Aber solange wir die anderen richtig haben, ergibt sich das ja, denk mal. Also, dies hieß Einsamkeit und das da oben hieß... Ich hab's vergessen. Hatred. Hass. Ach so, Hass. Der Hass ist Bronze und die Einsamkeit ist Silber. Jetzt hör mal auf, hier Dosen zu schmeißen. Das nervt ein bisschen. Alter, jetzt hab ich sogar die Dose richtig fliegen sehen. Also, geht's noch oder was? Happiness war Gold. Das hab ich auch richtig. Und hier... Puh. Wir nehmen einfach mal alle wieder, die ich mir unsicher bin. So. Also, Einsamkeit... Da hinten ist doch eindeutig die Einsamkeit hier. Oder? Nehmen mal mit. Und nehmen nochmal das mit. Also, das hier ist eindeutig der Hass, finde ich. Ich hab nur die Farben wieder vergessen. Der Hass war... Bronzen. Das müsste dann theoretisch hier rein. Weil hier ist, finde ich, sehr viel Hass drauf. Ach so, da ist noch ein Blatt. Entschuldigung. Ja, nimm das doch. Natürlich kannst du es nehmen. Und benutzen. Zack. Dann haben wir da hinten Einsamkeit. Die war... Silbernd. Die Einsamkeit ist Silbernd. Ich glaub, das hatten wir auch so rum noch nicht ausprobiert. Weil hier ist sie eindeutig einsam. Finde ich. Benutzen. Zack. So, ich denk mal, diesen Raum haben wir richtig. Jetzt fehlen nur noch die anderen beiden. Dann haben wir noch... Ähm... Den Tod. Das find ich eindeutig hier, den Tod. Äh! Kannst du mal da weggehen. Der Tod war schwarz. Aber dann haben wir das Weiße. Und das wäre... Das andere Wort. Ich glaub, das ist wieder falsch. Betten. Ja. Das nervt mich gerade richtig an. Der Hass, der Hass. Obwohl, das könnte der Hass hier sein, ne? Tausche ich das mal mit dem da hinten? Hä? Krieg ich wieder eine Dose am Kopf? Naja, und schon. Dankeschön, wer auch immer Dosen nach mir schmeißt. Okay, dann nehmen wir mal das Bronzene. Tun das Weiße hier rein. Und das Bronzene da hinten. Und wenn ich das gleich nicht weiß, dann muss ich leider spoilern gehen. Nein. Aber das müsste doch dann theoretisch... Also das da hinten ist auf jeden Fall der Tod und das ist die Glücklichkeit. Das ist für mich eindeutig der Hass. Ey, das ist doch scheiße. Dann nehm ich das jetzt. Aber hier ist doch niemand einsam. Da sind die alle tot. Ach, Leute. Das ist doch nicht nett. Benutzen? Nein. I? Wie? Hier wollte ich jetzt das Silberne hinmachen. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich leider... Ich muss sogar so gleich einen Schnitt machen und dann muss ich mal gucken, wie die Blätter jetzt gehören. Das ist mir echt zu blöd. Ich will jetzt hier auch eine Stunde lang mit Blättern herumschmeißen. Okay. Ich mache jetzt Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Hoffentlich mit der Lösung. Also bis gleich. Ciao. Ciao. Ciao.